Der Koran ist die Rezitationsarten, woher kommt ja nicht um die Pflege. Welche, meinst du, welche Rezitationsarten? Kera'at meinst du? Ah, es gibt 10 Rezitationsarten, die authentisch auf den Propheten zurückzuführen sind. Und insgesamt gibt es 14. Bei den vier übrigen gibt es Meinungsverschiebe, ob die überhaupt authentisch sind oder nicht. Aber 10 gibt es, Lesearten, ja, die auf den Propheten zurückzuführen sind. Und diese Lesearten stammen von wem ab? Von Rasulullah. Das heißt, er hat manchmal قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Und manchmal قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Oder مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ Und manchmal hat er gesagt, مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ Und manchmal hat er gelesen, إِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمُ Und manchmal إِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمُ Und so weiter. Und manchmal hat er anstatt سِرَاتَ مِتْسَادَ سِرَاتَ مِتْسِنَ Hat er gelesen. Alleine jetzt nur von der Fatiha. Manchmal hat er gelesen, قُلُوَ اللَّهُ حَدُ اللَّهُ سَلَمَا لِدُونَ الْمُؤْمِدِ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَاً أَحَدُ وَمَنْشْمَا كُفُوَاً أَحَدُ Das heißt, das sind die Lesearten, die von Rasulullah s.a.s. selber auch gelesen wurden. Und sie wurden verbreitet. Von ihm an die Sahaba, von den Sahaba in den Zerbin, von den Zerbin an den Zerbin. Und das ist auch etwas Gewaltiges am Koran. Das Koran nicht nur als Koran bis heute existiert, sondern dass auch die Lesearten, die verschiedenen Lesearten bis heute authentisch existieren und zu Rasulullah s.a.s. zurückzuführen sind. Subhanallah, ajib. Ja!